Hallo und herzlich willkommen, hier ist Balo mit WMZ Nummer 789 und den Themen Fußballtraining, Sprachtraining und Supportprobleme. Nein, es ist nicht auch Training. Probleme. Hey Balo, ich hätte eine Frage an den Fußballfan in dir. Im Moment werden ja wieder freudig die Trainer ausgetauscht. Dazu eine mehrteilige Frage. Glaubst du, es gibt bestimmte Trainertypen und Trainer sind komplett darauf festgelegt oder geht es grundsätzlich nur um die Fähigkeiten, also um besser und schlechter? Sagen wir mal beispielsweise ein Typ Feuerwehrmann oder Titelanwärter. Ist ein Guardiola ausschließlich jemand, der Topmannschaften verbessern kann, weil er den entsprechenden taktischen Anspruch mitbringt, aber eben auch Spieler vorgesetzt bekommt, die damit umgehen können? Oder könnte er, weil er ja nach allgemeinem Dafürhalten einer der besten Trainer der Welt ist, alles und damit auch Paderborn in der ersten Liga halten? Oder braucht man dafür denn doch wieder einen Typ wie Funkel oder Labbadia? Oder anders gefragt, durch ein Extrembeispiel, wird das kriselnde Hannover 96 doch noch mit 20 Punkten Zweitligameister, wenn man ihn jetzt Pep hinstellen würde? Oder könnten er und die Mannschaft gegenseitig nichts mit ihm anfangen? Wobei wir hier auch wieder bei der Frage wären, wie viel Einfluss ein Trainer eigentlich auf die Leistung seiner Mannschaft hat. Nur weil er dann der mit Abstand beste Trainer der zweiten Liga wäre, würde sich das, würde sich ja auch nicht alles ändern. Oder doch? Ich hoffe, das kleine Gedankenexperiment interessiert dich auch ein wenig. Ich wünsche dir eine bestmögliche Genesung und alles Gute. Ich finde, das ist eine super interessante Frage. Also ich meine, wir haben nicht häufig Fußballthemen. Wir haben vorgestern oder gestern, glaube ich, zwar auch eins gehabt. Aber wir haben die nicht häufig. Aber das ist ein super interessantes Thema, weil ich mich das auch schon oft gefragt habe. So quasi, ist der Guardiola jemand, der auch im Fußballmanager, quasi im wahren Leben Fußballmanager spielt? Und wenn er, keine Ahnung was, zu Alemannia Aachen gehen würde, der die so langsam aber sicher dann an die erste Liga und die Spitze führen würde? Oder funktioniert das, was er macht, nur bei den ohnehin schon absoluten Top-Clubs, die er dann besser macht? Und ich glaube, Letzteres kann man schon sagen, dass er in der Lage ist, die absoluten Top-Clubs noch mal eine Spur besser zu machen. Zumindest nach allem, was ich so an seiner Arbeit gesehen habe und in dem geringen Maße, in dem ich mal versucht habe, das so ein bisschen auszuwerten und zu sehen, wie sich das denn niederschlägt. Das große Problem bei Trainern ist halt immer, dass Leute glauben, dass Titelgewinn X oder Y jemanden zu einem guten Trainer macht. Oder dass daran ein guter Trainer notwendigerweise zu erkennen ist. Und das ist nicht so. Also nicht notwendigerweise so. Natürlich gibt es ja ein gewisses Maß an Korrelation. Wenn ein Trainer gut ist, wie auch immer wir das dann später messen wollen, und das noch bei einem guten Verein, dann ist es unwahrscheinlich, dass dauerhafte Titel ausbleiben. Aber kurzfristig, gerade was so K.O.-Wettbewerbe betrifft, kann der beste Trainer der Welt dir nicht garantieren, dass du innerhalb von einem, zwei, drei oder fünf Jahren den Titel gewinnst. Und das ist dann halt so eine Schwierigkeit, wo diverse Vereine, die dann glauben, sie müssten jetzt aber mal wieder die Champions League haben, dann auch ganz gerne mal ihren Trainer feuern, selbst in Situationen, wenn er national alles gewinnt, was er gewinnen kann, sprich Pokal, Meisterschaft und so weiter und so fort. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also eine Sache, die ich bei Trainern wie Guardiola und auch Klopp feststelle, ist, dass sie es scheinbar schaffen, einen Kader zu entwickeln. Also eine Mannschaft, Schrägstrich, aber auch Spielweise zu entwickeln, die sich im Laufe der Zeit verbessert. Und das gilt auch für die Einzelspieler. Das kann man zum Beispiel ganz gut daran sehen, dass die Marktwerte der entsprechenden Spieler sich dann oft massiv nach oben bewegen, weil man auch da sagen muss, dass der problematische Teil ist, dass das auch dann häufig passieren würde, unabhängig davon, ob die Qualität der Spieler sich verändert, wenn die Spieler in einer Mannschaft spielen, die erfolgreich sind. Weil man üblicherweise erfolgreiche Mannschaften und die Spieler von erfolgreichen Mannschaften dann eben auch höher bewertet, einen höheren Marktwert bewertet. Aber ja, die Frage ist dann trotzdem, wenn sie jetzt keine Möglichkeit hätten, nach Gusto sich Spieler auszusuchen, mehr oder weniger. Das kann man ja auch nicht sagen, aber zumindest ein gewisses, wenn nicht sogar sehr, sehr hohes Budget, wie im Falle von Guardiola, haben, um sich die entsprechenden Spieler zu holen für das System. Könnten sie auch dafür sorgen, dass so Regionalliga-Westkicker sich Stück für Stück so verbessern, dass sie dann irgendwann in der dritten, zweiten und ersten Liga spielen können? Spontan schätze ich vermutlich ja. Aber wir werden es wohl nie sehen. Denn so sehr das vielleicht sogar mal für den einen oder anderen Trainer auf so einer spaßigen Ebene interessant wäre, was diese entsprechenden Coaches sich da an Geldern und an Einnahmen und an Gehalt entgehen lassen würden, wenn sie es ausprobieren würden, das geht vermutlich auf keine Kuhhaut. Und dann bist du natürlich auch, wirkst du wie der letzte Trottel, wenn du mit dem einen Verein die Champions League oder die nationale Meisterschaft geholt hast und dann in irgendeiner niedrigen Liga plötzlich im Mittelfeld landest. Was so dieses Feuerwehrmann und so weiter betrifft, auch eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass das unbedingt der Fall ist. Ich glaube, dass es eher so ist, dass es bestimmte Trainer gibt, die bei so mittelprächtigen und damit sehr schwankenden Vereinen anheuern, was fast immer auch dazu führt oder regelmäßig dazu führt, dass sie ihren Posten oft aufgeben müssen und ja, dann halt als erfahrene Trainer von Verein X oder Y geholt werden, wenn der in einer schwierigen Situation steht. Das mit der schwierigen Situation ist halt auch oft so eine Sache, weil oft diese problematischen Situationen, wo man dann den Feuerwehrmann in Anführungsstrichen holt, einer Varianz geschuldet sind der Ergebnisse und gar nicht der Tatsache, dass der andere Trainer irgendwie nicht gut gewesen wäre oder sonst was. Eine Mannschaft performt weit unter dem, wo man sie üblicherweise erwarten würde, ob nun zu Recht oder zu Unrecht oder mit Pech oder nicht Pech und dann holt man einen neuen Trainer und was dann passiert, ist eine Regression zur Mitte, dass die Mannschaft wieder so performt, wie man es ohnehin von Anfang an erwartet hätte und man dann sagt, schau an, der Trainerwechsel hat was gebracht. Das ist ein ganz, ganz gängiges Phänomen. Ich möchte mir irgendwann mal die Mühe machen, solche Geschichten so ein bisschen auszuwerten, aber das dauert immer einiges an, das braucht immer einiges an Zeit, sowas zu tun und dann frage ich mich wieder, ob es vergebene Liebesmüh ist, weil ganz, ganz viele Menschen, die sich für Sport und vor allen Dingen Fußball interessieren, gar nicht auch nur ansatzweise bereit sind, mit irgendeiner Form von, ich sage mal, strategischer oder statistischer Analyse überhaupt sich darauf einzulassen, dass das existieren könnte und ein interessantes Analyse-Tool ist. Also teilweise liegt es daran, dass sie die Dinge nicht verstehen und was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht und teilweise liegt es halt daran, dass wir halt noch immer im Fußball so eine Situation haben, wo halt die Plattitüden regieren, also wo man halt irgendwie so Dinge hat, am Ende zählen die Punkte oder sowas halt. Und wer so tickt, mit dem würde es wenig Sinn machen, sich darüber zu unterhalten, warum das nicht zwingend ein guter Maßstab ist, zum Beispiel, wenn es darum geht, die Qualität eines Trainers zu beurteilen. Aber wir werden es vermutlich nie erfahren. Also ich habe gerade überlegt, vielleicht sehen wir mal die Situation, wir werden es vermutlich nie erfahren, weil die Spitzentrainer bei Spitzenvereinen üblicherweise immer bleiben und fast immer von Spitzenverein zu Spitzenverein gehen, wenn es nicht halt zufällig gerade irgendwie, keine Ahnung was, Heimatverbundenheit irgendwie dem alten Verein helfen wollen. Und die Gurkentrainer, in Anführungsstrichen, bekommen üblicherweise meistens nicht mal eben so einen Job bei irgendeiner Spitzenmannschaft. Aber vielleicht gibt es zwar den einen oder anderen und vor allen Dingen gar nicht welche, die sich einen Namen als irgendwas gemacht haben. Also ein Funkel, unser Trainer in Düsseldorf, der wird halt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jetzt nicht unbedingt mal Liverpool trainieren oder so, oder Barcelona. Ey Barlow, ich kenne dich durch deine WoW-Klassen-Blogs schon eine ganze Weile, bin aber erst vor kurzem auf BMZ gestoßen. Das lese ich sehr häufig in letzter Zeit. Finde das Format super. Dankeschön. Auch ich hätte ein Thema, zu dem ich deine Meinung brennend interessieren würde. Eigentlich konnte ich immer sehr flüssig und deutlich sprechen, scharf argumentieren und hatte keine Probleme dabei, ein ordentliches Sprechtempo beizubehalten. Ich hatte jedoch vielmehr vor kurzer Zeit auf, dass ich mich im Sprechen immer mehr überschlage, verhasple, undeutlich werde und lange nach Wörtern suchen muss. Da das Ganze wohl über längere Zeit oder über lange Zeit in einem schleichenden Prozess passiert sein muss, fiel es mir erst vor kurzem so richtig auf. Ich habe mich schon oft gefragt, warum sich meine Sprache einfach so, naja, sagen wir mal, zurückbildet. Mein erster Gedanke war, Moment mal, machen mich Videospiele und Internetkonsum vielleicht doch blöd. Allerdings wäre das dann ja wohl ein weit verbreitetes Phänomen, was soweit ich weiß nicht der Fall ist. Eine andere Vermutung ist, dass mit meiner, meinen sehr, sehr schlechten Schlafgewohnheiten beziehungsweise allgemeinen Schlafmangel, seit ich studiere, zusammenhängen könnte, ist wahrscheinlich jetzt nicht so leicht, etwas dazu zu sagen, aber wie siehst du das? Hast du vielleicht selbst Erfahrungen mit Fähigkeiten, die sich seltsam zurückgebildet haben? Jedenfalls plane ich, das durch Theatersprechübungen in Zukunft wieder Vordermann zu bringen, da mir das doch recht wichtig ist. Alles Beste und eine schöne Zeit wünsche ich dir. Dankeschön. Ja, dir auch. Ich bin gerade ein bisschen stutzig, weil ich noch nicht so ganz sicher bin, wie extrem die Situation bei dir ist und wenn sie auch nur ansatzweise so extrem ist, wie du das beschreibst, worauf sie zurückzuführen sein könnte. Definitiv nicht dadurch, dass du Computerspiele spielst oder Internetkonsum oder sowas. Eine Möglichkeit der Erklärung ist zu sagen, dass du jetzt darauf achtest und es dir aus irgendeinem Grund mehr auffällt. eine der Geschichten, wo es einem am leichtesten auffällt, ist, wenn man zum ersten Mal beginnt, Aufnahmen von sich selber zu hören. Denn erst dann hört man sich vor allen Dingen auch mit der Stimme die andere, also wie sie andere wahrnehmen, was für die meisten Menschen eine sehr, sehr große Umstellung und sehr, sehr ungewohnt ist, was sich die Stimme im eigenen Kopf halt ein bisschen anders anhört. Und wo einem dann halt auch jeder sprachliche Fehler auffällt. Könnte das der Fall sein, dass du jetzt in der Situation bist, wo du häufiger Videos, Audioaufnahmen oder sonst was von dir siehst, schrägstrich hörst und dir das deshalb auffällt. Denn dann wäre es in erster Linie mal die Wahrnehmung, die das Problem darstellt und nicht tatsächlich die Art und Weise, wie du sprichst. Mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest. Leute sind überkritisch, wenn sie sich selber hören. Sie glauben, dass irgendwie jedes Füllwort, jeder Versprecher, alles ein Riesenproblem darstellt und sind sich dessen nicht bewusst, dass das bei fast jedem anderen Menschen in der Mehrheit der Fälle in einem normalen Gespräch auch so ist. Es gibt Ausnahmen. Natürlich kann man bestimmte Dinge trainieren und dann gibt es natürlich noch so Sachen, wenn man Aufnahmen von irgendwas macht, dann kann man diese Aufnahmen natürlich auch beliebig oft wiederholen, bis das Gesagte komplett auf den Punkt gebracht ist und sitzt. Wenn das nicht der Fall ist, wäre meine nächste Vermutung, mal zu einem Arzt zu gehen. Und ganz ehrlich, ich sage das normalerweise manchmal als Witz, aber tritt bei dir der Wohnung Kohlenmonoxid aus? Es gibt so ein paar Phänomene mit schlecht schlafen. Ich weiß nicht, ob du sowas wie Kopfschmerzen oder so regelmäßig hast. Probleme auch mit Erinnerungen und vermutlich dann auch Sprache, die mit sowas zu tun haben könnte in der Theorie, hochgradig unwahrscheinlich, aber könnte sein, nicht komplett unmöglich. Oder irgendwas anderes, was mit dem Ort, wo du wohnst, zu tun hat. Ja, Schlafmangel, vielleicht könnte es auch sein. Ich habe persönlich noch nie davon gehört, dass das Sprechen in einer signifikanten Art und Weise unter Schlafmangel leiden würde, aber vielleicht ist das auch möglich. Aber das Erste, was ich machen würde, anstatt die Symptome zu bekämpfen, also sprich mit Sprechübungen und sonst was, wäre zu versuchen, rauszufinden, ob A, das, was du wahrnimmst, tatsächlich so passiert ist und B, was die Ursache dafür sein könnte. Und dazu würde ich definitiv mal zu einem Arzt gehen. Ansonsten bin ich überfragt. Ich habe keine Erklärung dafür sonst. Ich kenne das weder bei mir noch bei irgendjemand anderem. Zumindest nicht, wenn es halt nicht durch Krankheiten oder so bedingt ist. Natürlich gibt es Situationen, dass ich da dann die Sprache unter Umständen zurückbilden könnte. Hallo, Bado. Wie immer, vielen Dank für deinen täglichen Content und gute Besserung. Du schaffst das. Dankeschön. Ich möchte heute einmal über meine Odyssey mit dem Support eines bekannten japanischen Konsolen- und Spielherstellers berichten. Da ich nicht weiß, ob das hier in irgendeiner Form Folgen haben kann, versuche ich einfach mal pro forma die Namen abzuändern oder sogar wegzulassen. Ich habe am 7. November zwei Spiele im Online-Store digital vorbestellt und es gab eine Promotion-Aktion, bei der man zu jedem Spiel gratis ein Steelbook nach Hause geliefert bekommt. So, jetzt. Ich musste nachgucken, was ein Steelbook ist. Ein Sonderformat von einer DVD- oder Blu-ray-Verpackung, wie die normale DVD- oder Blu-ray-Verpackung üblicherweise aus einer Kunststoffverpackung besteht, ist die hochwertigere Steelbook an der Front- und Rückseite aus Metall gefertigt. Okay, gut. Wenig später, äh, wenige Tage später, hatte ich auch schon Post, aber stellte sich heraus, dass ich zweimal das gleiche Steelbook bekommen habe. Ich bin gerade total verwirrt, von was denn überhaupt? Du hast eine Promo-Aktion gehabt und du hast zwei, was genau hast du bestellt? Zwei Spiele hast du bestellt, digital, und dann hast du eigentlich erwartet, zu den zwei unterschiedlichen Spielen die jeweils passende Steelbook-Verpackung zu bekommen, nehme ich an, oder? Ging es um irgendwas völlig anderes. Steelbook-Artwork von, keine Ahnung was, von Schimpansen oder so. Ähm, hm. Okay, also, Steelbook nach Hause gesagt, getan, und ich habe im Hersteller gefordert, mit den beigelegten Codes im Unionshop jedes der Steelbooks gerade ist dazugestellt. Hm, 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 hm. 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 Beigelegte Codes. Ich bin, ich versuche immer noch, ich versuche halt nachzuvollziehen, was exakt da passiert ist, um ein bisschen besser verstehen zu können, wo der Fehler gelegen hat. Du hast etwas online bestellt, wenn man online bestellt, also digital vorbestellt. Und dann wurde dir aber ein Code mit was, also beigelegt zu was, nach Hause geliefert. Okay, gut. Du hast die Codes benutzt, um Steelbooks zu bestellen. Wenige Tage später hatte ich auch schon Post, aber stellte sich heraus, dass ich das gleiche Steelbook bekommen habe, anstatt zwei verschiedene wie bestellt. Und die Bestellbestätigung gab es auch über zwei unterschiedliche, wäre dann die nächste Frage, ne? Der Witz daran ist, dass laut Shop pro Account maximal ein Steelbook der gleichen Sorte erlaubt ist. Daraufhin habe ich beim Support angerufen. Der nette Herr war sehr kompetent und hat direkt alle Daten aufgenommen, inklusive Seriennummer des Gerätes, womit er verifizieren konnte, dass meine Anfrage berechtigt ist und er hat mir eine schnelle Lösung versprochen. Jetzt bin ich noch mehr irritiert. Was für ein Gerät! Du hast in einem Online-Shop Spiele digital vorbestellt. Okay, ich bin vielleicht doof, aber wenn ich Spiele digital vorbestelle, dann wird mir üblicherweise nichts geliefert. Dann habe ich halt digital etwas vorbestellt. Dann ist dir irgendwas geliefert worden und beigelegt waren Codes. Sehe ich das richtig? Ich habe hier irgendwas überlesen. Beigelegte Codes zu irgendwas von, ich weiß nicht, zu was beigelegt. Und damit hast du dir Steelbooks bestellt, von denen wir auch nicht wissen, ob die Bestellung denn, also ob die Bestellung denn schon überhaupt richtig angekommen ist oder nicht. Um was, um was für ein Gerät geht es? Du verwirrst mich. Ähm, gut. Also. Nette Herr, kompetent Daten aufgenommen, inklusive Seriennummer des Geräts, womit er verifizieren können, dass meine Anfrage berechtigt ist und er hat mir eine schnelle Lösung versprochen. Aus dieser schnellen Lösung sind jetzt leider schon dreieinhalb Wochen geworden mit mehrmaliger Vertröstung. Ich möge mich doch noch ein wenig gedulden. Das erscheint mir komisch, da es ja eigentlich nur um eine falsche Zustellung geht. Da sich auch nur auf meine erneuten Anfragen hin gemeldet wird, stelle ich mir ernsthaft die Frage, ob das Problem vielleicht bewusst ignoriert wird, in der Hoffnung, dass ich es vergesse. Aber warum sollte jemand dein Problem aufnehmen, dir sagen, dass es eine Lösung gibt, um es dann zu ignorieren? Warum sollte er nicht gleich sagen, tut uns leid, können wir nichts daran ändern? Ähm, wie würdest du das einschätzen? Wie würdest du in einem ähnlichen Fall weiter vorgehen? Da das Unternehmen außerstandes zu sein, scheint das richtige Produkt zu liefern, habe ich mich nochmal anderswo umgeschaut und ein Steelbook mit dem Spiel, also mit Spiel in England gefunden. Was hat das mehr gekostet, dass das tatsächliche Spiel auch nochmal dabei war, aber das war es mir wert? Also das, was du vorbestellt hast, hast du jetzt nochmal gekauft, inklusive der richtigen Verpackung, inklusive der richtigen Steelbooks, okay. Wie es der Zufall so will, gab es bei dem Paket kein Tracking und trotz Expresslieferung war das Paket nach den angegebenen zwei bis sechs Tagen Lieferzeit immer noch nicht da. Wie konnte weder der Shop noch der Versanddienstleister Auskunft geben, wo sich das Paket befindet? Hm, auch da wäre die Frage, wo du bestellt hast, ne, also wenn du irgendwie bei Steelbook-Pakete.ru bestellt hast und dann dem sprechenden Elch deine Kreditkartennummer gesagt hast, dann ist es halt was anderes, als wenn du es bei, keine Ahnung, Amazon oder so bestellt hast, wo ich mir, wo ich davon ausgehe, dass das Probleme sind, die sich fast immer zufriedenstellend lösen lassen. War zumindest bei mir in der Vergangenheit immer so. Da die Bestände wahrscheinlich immer noch immer weiter zurückgehen, habe ich mich auf Ebay umgesehen. Dort waren einige Steelbooks noch zu haben, aber ich wurde bei knapp zehn Auktionen immer wieder überboten. Am Ende habe ich dann noch ein Steelbook per Sofortkauf ergattern können. Der Verkäufer war sehr nett und da lief auch alles reibungslos. Das Paket kam an und gleichzeitig kam auch das Paket aus England. Das hatte ich nach zehn Tagen schon abgeschrieben. Bei Paypal lief auch schon ein Antrag auf Käuferschutz, da ich vermuten muss, dass das Paket gar nicht existiert. In der Hinsicht habe ich leider schon öfter Betrügereien erlebt. Wieder die Frage, wo bestellst du? Bei mir ist das noch nie passiert. Aber gut, ist jetzt in dem Fall nicht so wichtig. Jetzt habe ich jedes Steelbook zweimal und werde wahrscheinlich ein Paar samt Spiel an einen Freund weitergeben, der mir auch noch einen Obolus dafür gibt. Ja, naheliegend. Ich meine, du hast es gekauft und wenn du das quasi unbenutzt verkaufst, also warum solltest du nicht sagen, ich verkaufe dir das halt zu einem guten Preis. Das mag vielleicht völlig falsch in der jetzigen Situation unnötig sein, aber ich tendiere dazu, die Sache mit dem Hersteller weiter zu verfolgen. Das Interesse, ob es irgendwann überhaupt mal eine Problemlösung gibt, selbst wenn es eine Absage sein sollte. Aber einen knappen Monat warten lassen, ohne sich überhaupt zu dem Problem zu äußern, finde ich von der Seite eine unfaire Behandlung. Ich habe einen schönen Tag. Spontan würde ich sagen, ich auch. Also selbst weniger als einen Monat fände ich schon sehr merkwürdig. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht genau, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, bei wem du was bestellt hast, was wie lange üblicherweise gedauert hätte und was deren übliche Auslieferungsgeschwindigkeit oder Ankündigung derselben wäre oder wie schnell sie üblicherweise diesen Fehler beheben. Ob die dir irgendwas dazu gesagt haben, ob die das richtige Ding überhaupt vorrätig haben und so weiter und so fort. Aber ohne weitere Informationen, warum das so lange dauert, wäre ich also auch höchst verwirrt und verärgert. Du hast dir irgendwas, was dort bestellt in dem Wunsch und Wissen etwas anderes, was ich, wie ich das richtig, also wenn ich das richtig einschätze, was ja auch eine gewisse Seltenheit hat. Was du nicht, also diese Steelbox wirst du ja vermutlich nicht unbegrenzt lange bekommen können, nehme ich mal an. Und dass man dann noch viel mehr auf glühenden Kohlen sitzt, kann ich absolut verstehen. Also mehr kann ich auch nicht zu sagen. Ich wäre genauso verwundert und ich würde genauso gut dem Hersteller sagen, Leute, das ist irgendwie überhaupt nicht cool, was er da gemacht hat und ziemlich unpraktisch. Ich weiß, dass es halt manchmal so einen Support gibt, den man über Twitter erreichen kann, aber ich glaube nicht, dass das was bringt bei so speziellen Bestellungen, weil die einem dann auch sagen werden, wende dich an den Kundenservice und gib deine Bestellnummer an und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie Absicht ist, dass sie dir irgendwas Falsches liefern und das dann totschweigen wollen, denn dann hätte es keinen Sinn ergeben, das Ding überhaupt wieder aufzunehmen. Dann hätten sie sich halt irgendwas einfallen lassen, bla bla bla, wir können das nicht nachvollziehen und so weiter und so fort oder tut uns leid, ist nicht lieferbar, macht ja keinen Sinn zu sagen, wir machen das, um es dann nicht zu machen und immer wieder von dir genervt zu werden, was denn der Stand der Dinge ist. Das ergibt keinen Sinn. Davon haben die nichts, ganz im Gegenteil. Im Zweifelsfall haben sie davon sehr, sehr schlechte PR. Bin mal gespannt, ob sich das noch irgendwann löst. Die Frage ist, hast du jetzt überhaupt davon, wenn sie das Problem lösen? Weil deine ursprüngliche Idee war ja irgendwie, du bestellst zwei Spiele und die dazugehörigen, wenn ich das richtig verstanden habe, Steelbooks. Die Nachbestellungen haben dafür gesorgt, dass du jetzt zwei, zwei hast, also von beiden Varianten jeweils zwei. Wenn es dir richtig nachgeliefert werden würde, hättest du das Verhältnis drei zu eins. Ich weiß nicht, ob das in deiner jetzigen Situation für dich überhaupt noch besser wäre und ob du das haben wollen würdest. Aber es wäre trotzdem mal interessant zu wissen. Die nächste Frage ist, haben die dich gebeten, irgendwas zuzuschicken und warten möglicherweise auf eine Einsendung von dir? Kann das sein? Weil so eine Situation habe ich mal bei was völlig anderem halt gehabt. wo die davon ausgegangen sind, dass ich ihnen Informationen zukommen lasse und ich darauf gewartet habe, dass sie mir bestätigen, dass ich ihnen diese Informationen überhaupt schicken soll, schrägstrich muss. Und da ist dann halt eine Woche vergangen, bis ich angerufen habe und dann haben die gesagt, ja, aber wir warten doch von ihnen auf die Infos. Ich so, gut, dann hättet ihr mir mitteilen müssen, dass ihr die auch von mir braucht. Vielleicht hat das was damit zu tun. Meld dich, wenn du eine Aufklärung der Situation hast oder wenn du dich in drei Monaten immer noch wunderst, wo denn deine Lieferung bleibt. In diesem Sinne soll es das gewesen sein für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Sage, wenn ihr möchtet, Fragen stellen möchtet, vor allen Dingen, dann macht das am besten in Form eines Kommentars unter dem aktuellsten BMZ-YouTube-Video. Tschö, mit ö, lacht der Onkel Balow. Untertitelung des ZDF, 2020